Mein Vater war versteckt bei einer Arbeiterin, ich nehme an, sie war bei Dr. Oetker beschäftigt, in Bielefeld. Dieses Versteck ist ihm besorgt worden. Er kannte da Leute ganz gut, einmal den Kettenbeil und Herrn Hahn, und die kannten ernehmend. Und dann kam es, wie es kommen musste, diese Bombardements wurden immer stärker und das Haus, wo er sich versteckt hatte, das hatte einen Volltreffer. So, und nun kriegen sie ganz schwer, ganz schnell ein neues Versteck. Ja, weil ja die Kontakte sind ja nicht da, da muss man ja viel Zeit haben. Hatte er aber nicht. Und ich nehme an, da wusste er nicht mehr, was er machen sollte, und da ist er dann zu uns in dieses Dörflein gekommen. Und da haben die Pfarrersleute, er kam, das war abends, im Oktober, da wird es ja früh schon dunkel, abends hin, und da haben die ihn wohl gesehen, und da hat die Pfarrersfrau dann die Polizei angehoben, dann kam die Gestapo und hat ihn gleich abgeholt. Am selben, also, der war nur zwei Stunden oder so bei uns, und das ging ganz schnell. Die kamen dann mit dem Auto und dann wurde er in das Gefängnis nach Gifhorn gebracht, das war so ein kleines Bezirks, das ist in dem Schloss, in Gifhorn ist dann ein Gefängnis. Und da hat er sich aufgehängt in der Zelle. Zu deutsch, die haben da schlecht gearbeitet, denn normalerweise werden so ein Häftling sofort alles weggenommen, was einen Suizid ermögliche. Das haben die nicht gemacht. Ich weiß nicht, ob es Sympathie war oder ob es Schlüsseligkeit war, weiß ich nicht. Wenigstens, er hat, glaube ich, nur zwei oder drei Stunden da im Gefängnis verbracht, dann war er tot. Und was ganz interessant war, er musste ja beerdigt werden. So, und da hat sich der Pfarrer, der für Gifhorn, also der Normen zuständig ist, der hat sich geweigert, das zu machen, Vaterlandsverräter und so weiter. Und da war ein Superintendent da, der das gemacht hat. Ich kenne die kirchliche Hierarchie nicht, aber das wird wohl ein Hörer, der das gemacht hat. Es gab also auch in der Kirche Leute, die sehr wohl das auf sich genommen haben. Und da war er, der das gemacht hat.